Papa, wieso hast du denn deine Sonntagsuniform an? Ernst? Nein. Danke. Der Gittert hat auch Hunger. So, Ilse. Jetzt musst du aber auch mal was essen. Bitte. Danke. Danke. Bitte. Isst irgendwas? Nein. Danke. Danke. Hei, mein Führer. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen? Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist eine Verrätung. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Anzug und Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie, falls die Russen mich, ich muss hier weg. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Unter ein ausgerechter Himmler! Nein! Nein! Nein!